Leuchtende Augen, ein schönes Lächeln und dementsprechend machen wir uns jetzt einfach einen wunderschönen Flug. Das ist für uns das Wichtigste. Wir wollen es mit Ihnen nochmal genießen. Sie mit Ihnen auch. Deswegen sind Sie heute nochmal hier. Weil es ja noch keine andere Alternativ dafür gibt, für den Flug von Berlin nach Düsseldorf. Und dementsprechend ein allerherzliches Willkommen hier an Bord des Air Berlin Fluges nach Düsseldorf. Meine wunderbare, charmante Kollegin hier ist die Sabine. Und wir werden Sie dann servicetechnisch von hier vorne verpflegen, die beiden dann von da hinten. Und wie wir gerade schon mitgehört haben, die Flugzeit circa 45 Minuten. Sehr, sehr ruhig, schön und angenehm. Dementsprechend auch Düsseldorf wird schön von der Landung mit her, das Lichtermeer, Düsseldorf wird Ihnen dann zu Füßen liegen sozusagen. Und wir wünschen Ihnen da erstmal schon mal einen angenehmen und ganz fantastischen Aufenthalt bei uns hier an Bord. Ja, wie gesagt, für uns ist es der Herr. Der kriegt man doch Känsehaut hier. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und an der Stelle dann auch schon mal ein herzliches Danke einfach für, ja, dass Sie mit uns immer geflogen sind. Und einfach, dass Sie, wenn man jetzt sagt, die Stange hält, so bekloppt eigentlich sich anhört. Aber es ist ja so, dementsprechend, das ist ja, da darf ich mal kurz fragen, gibt es hier jemanden, der noch nie mit uns geflogen ist? Oh, nein! Dann ist das das letzte Wahllauf für Sie, aber egal. Also wie gesagt, an der Stelle darf ich mich auch irgendwie persönlich vorstellen. Meine beiden drei Kollegen habe ich ja schon so was für Merklebe gekriegt. Ich bin ein Börser hier an Bord. Und wie gesagt, wir wünschen schön aufteilt. 45 Minuten haben wir jetzt zu für uns. Kurz vorher dürfen wir Ihnen jetzt unser Flugsicherheitsvideo zeigen. Währenddessen ist natürlich fühlig, die Benutzung von elektronischen Geräten wie immer nicht gestattet. Ich meine, es ist die Herzlichkeit Mensch drumherum, aber es ist einfach so, weil wir natürlich Ihre gesamte Aufmerksamkeit für das Video brauchen, falls irgendwas sein sollte. Und beachten Sie bitte auch nochmal, dass die Kurte nun geschlossen sind. Und dann, ansonsten geht es nachher gleich los. Vielen Dank! Das muss nicht schlimm sein, wenn der Flugangst ist. Und dann, ansonsten geht es nachher gleich los. Super pünktlich gelandet. Wir dürfen Sie noch einmal bitten, die Kurte so lange geschlossen zu halten, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und auch die Anstaltzeichen über Ihnen erloschen sind. Des Weiteren, seien Sie bitte vorsichtig beim Öffnen der oberen Ablagefläche. Ihr Gepäck könnte während der Lange verrutscht sein. Wir gewissen sich auch auf jeden Fall nochmal, dass Sie keine persönlichen Gegenstände bei uns hier an Bord liegen lassen und vergessen. Da schauen Sie nochmal ganz gezielt in Ihre Sitztaschen vor Ihnen, bevor Sie dann das Flugzeug verlassen. Dann warten Sie auch natürlich noch das Verbot, bis Sie einen ausgeschriebenen Raucher zu einem Terminal erreicht haben. Ganz offiziell und vor allem im Namen der Air Berlin One World und vor allem natürlich im Namen von unserer Crew, da habe ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute mit uns diesen Flug hier verweilt haben, hier an der Kabine. Wir hatten einen Augenreben in den Aufenthalt. Wir haben Sie natürlich wirklich sehr, sehr, sehr gerne nochmal begleitet. Das war uns eine Ehre. Ich wünsche Ihnen nun eine sichere Heimfahrt, wie man dann auch immer so allgemein sagt. Man sieht sich immer zweimal im Leben, wo auch immer das sein wird. Wenn Sie sich an uns erinnern, können Sie immer nochmal am Finger drauf sagen, ich war auf Ihrem letzten Flug. Und das war mit der Air Berlin. Wir freuen uns dann auf jeden Fall, Sie irgendwo mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, kommen Sie raus. Sicher vor allem. Vielen, vielen, vielen Dank für alles und adieu. Applaus